Willkommen bei Schulfahrt.de. Klasse reisen! Das Zittau-Gebirge ist eine der schönsten Regionen Sachsens. Hier werden Sie das Schmetterlingshaus in Jonsdorf entdecken und die Burkanlage im Chorat Eubin erkunden. In Oberodewitz wartet die Sommerrodelbahn auf Sie und baut sind verlockt mit dem sehenswerten Altstadtkern. Eine der schönsten Wanderungen der Gegend bietet die 800 Meter hohe Lausche. Bei einem Ausflug nach Dresden werden Sie den Zwinger und die Frauenkirche kennenlernen. Aber auch die Semperoper, das Grüne Gewölbe und das Hygienemuseum sind unbedingt einen Besuch wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017